die Kälte ein Tempel ja hallo leute und ja es kommt zum neun mit der beiden die ganzen leute ich freue mich so aus Spekt Dynamik vergessen die Tüte aus aber es ein Arzt die Städten zu und wie mit dem Sporn die sind die Probleme passend Momentum aber egal das Monat die Welt Baum Baum oder so wir hatten schon noch ein try aufzunehmen aber da gehen wir auf einen Kamm nicht der Stecker war nicht richtig drin kann ja auch noch nie passieren damit zehn Minuten ich weiß nicht wie lange drauf halt mal einfach 15 und man hat zwei Folgen dann 15 ich glaube das ist nicht so schlimm sein weil ich jetzt erst richtig Probleme hatte mit dem Aufnahmprogramm und so aber Leute es ist neuer Play da es ist da und ich freue mich einfach mit von allen Geräten Spielern weggemacht weil ich wirklich alles Grießes haben möchte Karten 16 können wir nicht mal mitnehmen mit so einer Stütze selbst bauen so habe ich ja eben noch mitgekriegt Leute und bei dem einen Trader war es wirklich zu ätzend aber jetzt sind wir hier ingame den ganzen Leuten und Creep-Light ist das Dankeschön nochmal Creep das ich dann dabei sein kann so also die Insel wäre natürlich ganz cool muss ich gucken ja ich bin jetzt der Erste der jetzt hier aufnimmt von uns allen doch lass nie die Sumpf eigentlich schon gerichtsscheiß oder nee ist nur Sumpf Savanne mäßig ähm bitte bitte oh nein Leute ich kann euch aber leider nicht einladen so viel gehört als wird hier auch nicht ich darf nicht sprinten ne friedlich glaube ich friedlich oder ja ich bin sicher aber ich bin hier ok wir haben eine Karte Karte direkt still die Namen sind aus und das ist jetzt noch unten hier noch unten ganz ganz secret zack noch unten die ersten Folgen wir müssen rein aufnehmen weil ich jetzt nimm so geheilt und das Peri-Alber ich hatte sie die Worte fassen und wenn es hier noch irgendwas abschmiert wäre so dem nicht eh Workbench und und erst mal mit dem Stein sammeln gleich ich merke schon die ersten haben sie mit Eisen gefunden ich muss kurz gucken geht mein Timer weiter ja mein Timer geht weiter das riecht gut ok ich mach mal wieder mal kurz an ich weiß nicht ob es da noch lags lags? ne es lag nicht das riecht gut oh auf jeden Fall creep danke 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 dass ich mit dabei sein kann wenn er aufkam mal kurz wie jeweils 15 Minuten die folgen ich mache es die tierte schön von 15 Minuten von meinem neuen Projekt Minecraft Trevo. Ich kann das immer noch nicht aussprechen, aber egal. Wenn wir schonmal fetzigen Pflasterstein und hier liegt auf die Zeit. Oh, 5 Minuten schon. Oh nein, das ist echt richtig kritisch. Rufen. Ich glaube, es gibt noch schon Zeit, die ersten 10 Minuten. Gleich schwer, ja. Wir müssen gleich nicht irgendwie verzichten, ja. Fackeln sind ja auch der Rhein zu selbst. Oh. Alter, was geht da gar ab? Tio wurde von Cream. Oh. Ich glaube, da kann man den Chat nicht mal wieder öffnen. Okay, ich nehme zwei Folgen auf gleich. Das ist safe. Das ist safe. Zwei Folgen aufnehmen. Und ich wäre erstmal dafür, dass wir am Spawn bleiben. Wir brauchen nicht Tiere. Es gibt gerade so wenig Tiere. Ja, in der Savanne ist es auch eigentlich voll logisch, dass es da keine großen Tiere gibt, wo irgendwie viel Fleisch von Fien könnte. Oh. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich richtig gut aus, was sie gefunden haben. Sorry für die Härtigkeit. Ne, ich habe mein Gamma hochgestellt. Das müsste eigentlich gut sein. Und wenn mein Gamma hochgestellt wird, dann sieht es zu komisch aus. Egal. 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 Wenn ihr es sieht, dann ich ändere es auf jeden Fall gleich. Ah, das erste Risikos Projekt. Er speichert. Okay. Okay. Das ist so die kleine Ruhephase, die man jetzt so machen kann. Okay. Bei mir lädt's. Oh. Okay. Bei mir lädt's. Sprints. Hm. Ich habe noch... Ich gebe... Ich sage noch so, er speichert die zwei Sekunden, aber das ist doch gut so. Ich sage noch, Skype, ich ragge ihn und ich will ihn mindestens einmal am Projekt raggen. Einmal möchte ich ihn töten. Egal, wenn ich dann gleich in der zweiten Folge zu ihm gehe. Ist mir so von egal. Und die ersten Fragen werden halt gefarmt. Dann bauen wir unsere Stadt in... Wir haben halt ein Stadt, gerade ein Haus. Und ich möchte das sehr, sehr gerne mit den anderen Friends of Life machen. Okay. Weiter jetzt müssen wir mal Tiere suchen. Denn solange es noch friedlich ist, können wir es ausnutzen. Rät mal. Warum... Friedlich hab ich jetzt total falsch geschrieben. Okay. Ich schreibe es mir hier richtig. Okay. Alles klar. Ich kann euch da nicht einladen. Oh, das Zuckerrohr wird übelst wichtig sein. Ich nehme es dann lieber mit. So. Mal gucken. So. Wir sind keine Tiere. Das drückt mich leicht. Oh, sieben Minuten, Alter, Digga. Okay, ist noch gerade eine Schutzzeit. Deswegen friedlich. Das ist gut. Das ist lecker. Okay. Wie du seid. Okay. Hoe. Dann teams geprüft Wein. Wie kannst du die schöner Hier. Das muss ich ja wieder hinbringen. Das ist.... Ja. Das ist das aber ihr kriegst denn die ließen okay in der wersche nicht gut weil es bitte bitte lieber mein kopf dort spitz eisen fünf reisen wie er die feier einfach und hinziehen ich weiß nicht ob wir es benutzen können die anderen der würde nicht bringen oder lassen die anderen dürfen nicht sprengen aber egal wir machen das schon irgendwie Leute sehr sehr zuversichtlich wir bauen so wir haben vor allem nicht Blöcke als gleich ein Tempel und wenn es jetzt noch einen Schmied gibt das wäre echt episch das war richtig episch als ob Sand ne sieht nur so aus ui 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 das war schon mal richtig erfolgreich ich bin zufrieden schon mit der ersten Folge haben wir auch nicht was erreicht so jetzt aber darauf sind wir jetzt nur noch unterirdisch oh ja wir waren unterirdisch ja dann so es wird eingenommen von mir nix da ist der Züche heißen das war die Zeitverschwendung aber auch oh nein was ist das bitte ich glaube das sind Karotten wir haben Karotten so viel da kann man so viel da kann man nicht haben wir haben aber Karotten ne gibt's denn eigentlich das ist so gut das war richtig gut ist so richtig Motivationsschub noch mal ins Projekt aber ich glaube ich darf doch den Tempel tun oder wenn jetzt das halt schon muss und tut mir leid ich hab schon helfen es sind so ungefähr mit einem er ist mir so leid ist mir so leid er ist mir so leid als ob wir keine Tiere sind Patrice geläftet so gut gucken ich glaube ihr ist keine große Höhle schätze ich mal jetzt einige alle Teilnehmer sind unten beschreiben verlinkt und wenn man alleine aufnimmt hä 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 man kann doch alleine aufnimmt 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 okay Leute ich kraft euch schon facken oder auf YouTube sieht das immer bis hin und aus meist gemein noch ein bisschen höher ich hab's eigentlich schon auf 100 ok ein bisschen Kohle ist ganz okay kann man sich beschweren und noch alleine das erste ist ja nicht so schlimm so es können wir an die Oberfläche und ich mach mal da mal jetzt mal runter so eine Einstellung Grafik da mach ich runter auf 50 normal halt 50 als ob es übelst dunkel so sehe ich es 83 83 83 ok ich glaub 83 ist ok müsste jetzt nicht so viel Schmerz so ein bisschen anzugucken Rackbend haben wir schon setzen wir den mal gleich hin hä ja ich nehme ein Video zu ziehen ok Leute das war jetzt in der ersten Folge ich versuche mal so kurz die paar Bäume da abzufarmen ich hab aber nicht viel geschafft irgendwie und die Zeit ging gar nicht mal so die Zeit ging gar nicht mal so heftig rum aber egal so Leute das war's von dem ersten Plan von dem neuen Projekt ich hoffe es hat dir gefallen wenn ja dann ähm äh Prince ja warte ich bin erstmal ja ihr könnt mit mir zocken lass mir positiv werden da wirst du dich auf jeden Fall übelst freuen und bis dann Leute Ciao